Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Licht und ich habe seit einigen Wochen hier so eine Videofoto-LED-Lampe dabei und habe die mal für verschiedenste Einsätze vom Blitzersatz bis Lightpinting eingesetzt. Wie das Ganze funktioniert und wofür die geeignet ist, zeige ich euch in diesem Video. Und dann geht es noch ein bisschen um die Qualität und ob sich die Anschaffung überhaupt lohnt von dieser Lampe im Speziellen. Alles das nach dem Intro, gleich geht es los. In diesem Video geht es heute um die Broling P1 RGB Video- und Fotoleuchte. Und vorweg, ich habe diese Lampe kostenlos von dem Hersteller Broling für diesen Test hier zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich habe keine Auflagen oder Vorschriften bekommen, wie ich darüber zu berichten habe. Von daher, wie ihr es gewohnt seid auf meinem Kanal, meine persönliche Meinung zum Produkt. Und für die treuen Abonnenten hier auf meinem Kanal, die wissen das schon, Unboxings, die gibt es hier eigentlich sehr selten, weil so ein Karton, wenn er hier eintrifft, der ist auch gleich da unter Beschlag und wird geöffnet. Und ja, den packe ich auch nicht mehr ein. Von daher, der schöne schicke schwarze Karton, in der die Lampe geliefert wurde, der ist mittlerweile leer. Aber ich sage euch natürlich kurz trotzdem, was da drin war. Und der Inhalt, der hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hatte jetzt eigentlich nur die nackte Lampe erwartet, vielleicht noch ein Ladekabel. Aber als erstes kam mir hier auch so eine, und das zeige ich euch hier mal, so eine schicke Tasche entgegen. Und die ist wirklich sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Und der Klettverschluss, der hier, der ist ziemlich groß und der packt auch ziemlich gut. Und scheint auch gut vernäht zu sein. Und die Lampe, die passt hier halt wirklich satt rein. Und das Ganze hat hier hinten auch noch zwei so Schnallen. Und wenn man hier zum Beispiel den ProTactic Rucksack hat von Lowe Pro, da kann man hier halt so eine Lampe auch außen befestigen und spart sich Platz in der Tasche und hat auch die Lampe immer griffbereit. Und gerade so eine Lampe, die ja auch mal als Taschenlampenersatz herhalten kann, da ist es halt ganz praktisch, wenn man das Ding vielleicht außen am Rucksack oder am Gürtel gleich befestigt hat. Das war also schon mal die erste Überraschung. Zweite Überraschung, hier unter der Klappe in der Tasche befindet sich noch ein Imbusschlüssel, mit dem man die Schrauben an der eigentlichen Lampe nachziehen kann. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Imbusschlüssel hat man vielleicht mal dabei, aber es gleich den passenden Imbusschlüssel dazu haben, wo man ihn braucht, an der Tasche, an der Lampe sofort. Macht durchaus Sinn und gerade für den einen oder anderen Anwendungsfall, den ich euch gleich noch schildere, macht es vielleicht auch mal Sinn, die Schrauben entsprechend nachzustellen. Was ist noch drin? Ich habe hier so einen Kohlschuhe-Adapter, da kann ich die Lampe entsprechend direkt auf meiner Kamera montieren, natürlich nicht die Lampe auf meiner Kamera montieren, so muss es richtig heißen, um dann in entsprechenden Video-Interview-Situationen die Lampe entsprechend zu montieren. Oder wenn man es von SmallRig oder anderen L-Schienenherstellern Befestigungsmöglichkeiten hat, kann man das mit der Lampe auch machen, dazu aber später auch mehr. Dann das obligatorische USB-C-Ladekabel gehört dazu, das ist auch gleich bei der Lampe dabei. Und dann kommen wir auch schon zu der eigentlichen Lampe, die dabei ist, oder natürlich der Hauptaugenmerk ist. Und da geht eigentlich die ganze Überraschung weiter. Es ist kein Low-Budget-Gerät, es ist tatsächlich sehr hochwertig gearbeitet. Also das ganze Gerät besteht aus Aluminium. Die einzelnen Klöpfe, die sind angenehm gängig, also die rutschen nicht einfach durch, sondern die haben einen guten Druckpunkt. Hier oben gibt es einen Drucktaster, der auch nicht im Gehäuse irgendwie wackelt. Und hier oben der Ein- und Ausschalter, der arbeitet auch satt. Und auch die USB-C-Buchse, die ist gut verarbeitet. Dann haben wir hier die Seite der eigentlichen Lampe. Da sind über 200 oder 209 LEDs verarbeitet. Das ist eine RGB-Lampe, ist also rot, grün, blau und die weißen LEDs sind da verarbeitet und mischen dann halt alle möglichen Farben. Aber zu den technischen Sachen gleich noch mehr. Dann haben wir hier den für diese Lampe, glaube ich, charakteristischen Arm. Und mit diesem Arm kann man halt auch die Lampe einfach mal auf den Tisch stellen oder auf dem Boden abstellen oder halt durch diese vielen Möglichkeiten, Stativschrauben hier reinzudrehen, hat man halt die verschiedensten Möglichkeiten, die Lampe auf dem Stativ oder irgendwo anders zu befestigen. Das geht halt von direkt auf der Kamera mit dem entsprechenden Adapter bis auf einem Stativ. Ob das jetzt ein Gorilla-Pod oder ein anderes Stativ ist. Man hat halt alle Möglichkeiten, das Ganze entsprechend zu montieren. Eine sehr kreative Einsatzmöglichkeit für die ganzen Sachen. Und gerade die Leute, die vielleicht den Invisible Stick oder den Bullet Stick haben von der Insta360, den zeige ich euch gleich auch noch. Kommen wir zu den technischen Daten der Lampe. Wie eingangs erwähnt, ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Die anderen technischen Daten, die packe ich euch unter dem Video, weil die brauche ich ja nicht alle runterladen. Nur die, die für mich hier auch tatsächlich eine Rolle spielen. Also wie gesagt, es sind 290 LEDs verarbeitet an der Lampe. Das Ganze wiegt 260 Gramm. Das ist natürlich ein relativ hohes Gewicht. Aber durch die Robustheit und eben deren Einsatz von Aluminium und auch ein relativ großer Akku, der da verbaut ist, der 2930 mA liefert, ist das natürlich gerechtfertigt. Und es ist, also man kann ruhig drehen und es gegeneinander schieben. Es verbiegt sich nichts. Also von daher, ich glaube, die Gewichtsklasse von 260 Gramm ist da durchaus noch akzeptabel. Ja, wo wir beim Thema Akku waren. Der Akku wird hier über ein leider nicht mitgeliefertes USB-Ladegerät. Ist der zu laden über USB-C-Adapter. Das passende Kabel liegt halt dabei. In 90 Minuten soll der Akku voll geladen sein und soll dann 140 Minuten halten. Das ist eine durchaus akzeptable Leistung. Über zwei Stunden Licht aus so einer Lampe ist schon ganz gut. Gerade bei der Leistung, da kommen wir aber gleich noch zu, wie hell die ganze Lampe ist. Aber viel besser, was meiner Meinung nach ist, ist die Idee, das überhaupt per USB zu laden. Und wir haben dadurch dann auch die Möglichkeit, diese Lampe per Powerbank ständig nachzuladen. Und wenn man es hier in der Studiosituation jetzt nutzt, beziehungsweise Netzstrom zur Verfügung hat, kann man das Ganze auch mit Dauerstrom versorgen und kann dann unabhängig vom Akku arbeiten und ist dann unabhängig davon, von den Ladezeiten beziehungsweise von der Akkulaufzeit und kann dann halt das Ganze auch als Dauerlicht für Akzente und andere Composings noch zusätzlich einsetzen. Ja, kommen wir zu den verbauten LEDs. 290 Stück sind da verbaut. Wie gesagt, es sind weiße und RGB, also rot, grün und blaue, verbaut. Und die haben einen CAI-Wert von 96, das spricht also von einer hohen Qualität und hohen Lichtausbeute, die diese LEDs bringen. Das Ganze arbeitet dann in einem Kelvin-Bereich im Weißton von 2500 bis 8500. Also Tageslicht oder normales Licht, hier meine Lampe hier über mir, die arbeitet mit 5400 Kelvin. Also da kann man gut auch das Ganze als, ja, wer nicht gerne blitzt, sondern dann auch mal mit Dauerlicht arbeiten will, da kann man halt entsprechend sein Licht genau passend zu anderen Lampen angleichen und hat dann ein eindeutiges oder ein homogenes Licht aus verschiedenen Quellen. Ja, von der Lichtstärke her, ich kann das Ganze mal anmachen, das ist aber natürlich hier für euch jetzt schlecht zu beurteilen, aber der Hersteller gibt in den technischen Daten eine Lichtleistung von 1480 Lux an. Das kann ich natürlich jetzt nicht wirklich beurteilen, ob das hell ist oder nicht. Nur das ist jetzt 6% und das ist schon relativ, ja, wenn man es dann auf 100% setzt, man sieht also schon, es überstrahlt hier alles und ich halte das auch jetzt mal ein bisschen weg und man kann wirklich nicht gut reingucken. Es ist also schon wirklich sehr, sehr hell, aber wenn man es dann auf, ich habe jetzt hier wirklich auf 1, 2% nur von den möglichen 100% von der Lichtstärke eingestellt und man sieht hier vielleicht, wenn ihr es hier in der Kamera oder in dem anderen Bild auch seht, der Abstand zwischen den einzelnen LEDs, der ist schon relativ hoch. Das kann bei dem einen oder anderen Einsatzzweck störend und ungünstig sich auswirken. Beim Lightpainting, da zeige ich euch das ein oder andere Bild gleich noch, ist das eventuell ganz reizvoll, weil man da so eine Art Streifenwirkung bekommt. Ja, dadurch, dass da kein richtiger Diffusor vor ist, ist es natürlich dann immer ein bisschen das Problem, wenn die LEDs so weit auseinander sind, dass man einzelne LEDs eventuell im Bild nachher noch wieder erkennt, wenn man es halt auch auf so schwachen Leistungen betreiben muss. Ja, kommen wir zu den Funktionen einer RGB-Videoleuchte und da kann man jetzt natürlich die übelsten Gags rausbringen. Es leuchtet blau, wer kennt es nicht, aber es leuchtet, es ist ein RGB-Licht, es leuchtet auch in ganz vielen anderen Farben. Von daher, wir haben halt rot, grün, blau und es kann alle Farben miteinander mischen. Wir haben also ein unendliches Spektrum an Licht, was diese Lampe darstellen kann und der Einfachheit halber ist das hier hinten auch in so einer Skala dargestellt. Dann kann ich das hier, also die Sättigung und auch die einzelnen Farbwerte einstellen und kann mir halt die Wunschfarben entsprechend einstellen. Auch hier sieht man, ich muss noch mal ein bisschen runterdrehen, vielleicht sieht man es dann besser, aber man sieht hier tatsächlich auch wieder die einzelnen LEDs und man hat halt bei dieser Art von Lampe einen relativ großen Abstand der LEDs. Ich weiß nicht, ob es aufgrund der Menge der LEDs so gemacht wurde. Also es sind, wenn man es aus hat, sieht man es schon, es sind, die sind halt doch relativ eng, aber trotzdem die einzelnen Farben durch die Mischung haben dann wieder große Abstände, wenn sie dann im Betrieb sind. Das ist ein bisschen, den einen oder anderen stört es wahrscheinlich. Ich komme da relativ gut mit klar, aber man sollte es beachten, wenn man sich an Lampen orientiert oder für besondere Einsatzzwecke Lampen braucht, sollte man da auf jeden Fall das Augenmerk darauf richten, dass es bei der Lampe halt etwas anders ist. Ja, die RGB-Lampen, die haben natürlich auch dadurch, dass sie halt alle Farben darstellen können, verschiedenste Möglichkeiten und ich glaube, die Firmware, wenn man davon so sprechen kann bei so einer Lampe, beziehungsweise die Steuerung, die kommen irgendwie alle aus der sehr chinesischen Fabrik, das kann nicht anders, weil alle können mittlerweile hier diese obligatorischen amerikanischen Einsatzfahrzeuglampen nachahmen. Wenn, ob das jetzt Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen ist, also wenn ihr irgendwann mal den Bedarf hat, bei so einer Produktion mitzuarbeiten mit so einer Lampe, könnt ihr halt das richtige Licht produzieren, wenn ihr das wollt. Das gibt es dann von Feuerwehr bis Sanitär und was es da nicht alles gibt. Ich kenne die Fahrzeuge jetzt nicht, wie die da hinten in Amerika beziehungsweise anderen Ländern leuchten. Dann gibt es hier noch so ein Blitzlicht-Simulator, der halt in verschiedenen Stärken blitzen kann. Das ist jetzt eher was für die Leute, die tatsächlich Videofilmen wollen und dann sowas als Effektdicht vielleicht brauchen. Oder für Leute, die Halloween irgendwelchen Schabernack treiben wollen. Das kann man damit machen. Und dann gibt es, das finde ich eigentlich ganz nett diesen RGB-Farbwechsel und den gibt es in schnell und langsam. Und da werden wir hier, die sich so ein bisschen mit Lightpainting auseinandergesetzt haben. Und da zeige ich euch jetzt das eine oder andere dann auch mal gleich. Ja, da gibt es natürlich so, als wenn man als Lightpainter unterwegs ist, den einen oder anderen netten Effekt, den man dann machen kann, wenn man eine Sonderlampe jetzt zieht. Und ich habe es ja eines erwähnt, vielleicht hat ja der eine oder andere von euch diesen Insta360, ja was ist es, der Bullet-Stab hier. Oder man kann es an einem Seil befestigen. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass man das hier montiert. Dann kann man das natürlich dann entsprechend auch schwenken oder drehen, wie man das möchte. Aber das Ganze ohne Gewehr. Achtet darauf, dass es fest genug ist. Seht zu, dass keine Leute in der Nähe sind. Weil ganz ehrlich, das Ding, wir haben das gemacht, ihr seht hier das ein oder andere Bild, blende ich euch immer mal wieder ein. Das Ding ist wirklich robust. Und bevor ihr danach halt wirklich von irgendwelchen Einsatzfahrzeugen, die das Blaulicht sehen wollt, achtet bitte darauf. Es ist ein nettes Gimmick. Man kann es halt dafür auch nutzen. Es kommt halt darauf an, dass man es ein bisschen länger, langsamer bewegt. Und da sieht man dann auch die einzelnen LEDs, die ziehen dann so Streifen. Das ist halt ganz nett. Aber wie gesagt, das Ding ist 260 Gramm schwer, ist Aluminium robust. Und wenn das Ding einem vor dem Kopf fliegt, ist das glaube ich nicht sehr angenehm. Was man auch machen kann, und da zeige ich euch auch noch das ein oder andere Bild, man kann natürlich auch rechts und links entsprechend, habe ich das in diesem Bild jetzt zum Beispiel gemacht, irgendwelche Sachen anstrahlen, um dann irgendwo Hintergrundbeleuchtung zu realisieren. Ohne dann mit Blitzen arbeiten zu müssen und hat dann halt ein Dauerlicht zur Verfügung. Für den einen oder anderen ist ja Blitzen immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln, da hat man Dauerlicht und kann dann halt entsprechend das Ganze damit ausleuchten. Was man natürlich auch machen kann, wenn man da mehrere im Einsatz hat, man kann hier solche zweifarbigen Lichter kreieren und Leute anstrahlen. Beim Portrait-Shooting wird das ja öfter mal angesetzt, also Rot-Blau oder andere Effekte. Das kann man immer alles mit solchen Effektlampen noch machen. Die ist jetzt hier relativ robust und ihr habt es vielleicht ja schon bei der Spielerei, die ich hier gemacht habe, gesehen. Hier hinten sind auch immer die Einstellmöglichkeiten zu sehen, was da gerade eingestellt ist am Programm. Und man kann dann halt entsprechend durchschalten und wie gesagt, die ganzen Tasten, die sind wirklich sehr gut zu bedienen und das Ganze funktioniert tadellos aus meiner Sicht. Alles in allem, das Ding kostet zurzeit glaube ich irgendwas um die 150 Euro. Unter dem Video findet ihr einen passenden Link. Es ist unter verschiedensten Bezeichnungen im Internet zu bekommen. Aber wer darauf achtet, dieser Arm ist hier wirklich sehr charakteristisch und das ist meistens dann dieser Bowling P1, der dann da angeboten wird. Und ich bin da durchaus mit zufrieden und wer aufmerksam dieses Video verfolgt hat, der wird sehen, ich habe mir sogar eine zweite jetzt mittlerweile davon zugelegt. Die beiden Lampen, die jetzt hier hinten grün und blau leuchten, da kann ich beruhigen, das sind nicht diese Lampen. Ja, mein Fazit von dieser Lampe, ich bin durchaus zufrieden. Wie gesagt, ich habe mir selber noch eine zusätzlich zugelegt. Das sagt glaube ich einiges dazu und ich werde die auch in Zukunft noch weiterhin einsetzen. Wenn ihr da noch Interesse zu habt, zu Light Painting, ich habe das Ganze mit meinem Kollegen zusammen gemacht. Das ist immer schwierig aufzunehmen im Dunkeln, aber heute sollte es auch eigentlich um die Lampe gehen. Wer dann doch zum Light Painting eventuell was sehen will, lasst mich das wissen in den Kommentaren. Oder ihr habt noch Fragen zu dieser Lampe, generell alles in die Kommentare. Ich beantworte das nach bestem Wissen und Gewissen, was ich da so weiß, lasse ich euch wissen. Wenn ich es nicht weiß, lasse ich es euch auch wissen. Ihr seid das gewohnt. Da werde ich keinen Kommentar normalerweise unbeantwortet lassen. Hat euch dieses Video hier gefallen und ein bisschen geholfen hier mit der Lampe oder einen Einblick dazu gegeben, ob sowas vielleicht für euch ist oder nicht. Lasst mir doch einen Daumen, da würde mich sehr freuen. Hilft mir mit der Bewerbung. Wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Einmal pro Woche gibt es hier meistens ein neues Video rund ums Thema Filmen und Fotografieren. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen dürfte und sage Tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.